Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Mittwoch, heute ist der 2. August 2023, 7.36 Uhr und ich bin bereit fürs Büro. Ich bin heute ein bisschen später dran, da sehen wir Morty. Rick habe ich nicht gefunden, aber Morty war heute das erste Pixel-Art-Bild, was vorgeschlagen wurde, dann habe ich das direkt genommen. Ja, was gibt es zu erzählen? Ich gehe gleich ins Büro. Gestern war ich auch ein Büro, morgen gehe ich auch ins Büro. Gestern Nachmittag habe ich noch eine neue Aufgabe gekriegt, ein paar Folien zu überarbeiten, die ein bisschen vom Text zu lösen und mehr visuell zu arbeiten und da habe ich gestern angefangen und das werde ich heute den Vormittag über auch tun. Ja, und dann gehe ich heute Mittag essen mit meinem ehemaligen Chef, das wird schön. Dann habe ich heute einen Austausch mit dem Balm. Muss ich daran denken, dass ich mich in die Telefonzelle setze, damit sie immer alle möglichen Örtlichkeiten sozusagen kennenlernen aus dem Haus. Und ja, ich glaube, das war es auch schon heute Nachmittag wieder Stream. Subnautica, wir haben gestern auch Subnautica gespielt. Heute werden wir, glaube ich, ein bisschen an der Basis bauen. Ich bin mit der Basis, so wie sie ist, noch nicht richtig glücklich und ich muss die, glaube ich, neu machen. Und das gehen wir heute mal an. Ganz entspannt. Mal gucken. Mal kicken und ganz viele Sonnenkollektoren draufpacken. Weg vom Bioreaktor hinter dem Sonnenkollektor. Und ich muss noch nicht mal belesen, was der Water Purifier an Energie braucht. Water Purifier Subnautica. Da steht bestimmt irgendwo ein Filtration. Wie viel Energie der pro Stunde oder so braucht. Energy. 51 Energie pro Minute. Mal gucken. Ja, Subnautica gestern war ganz schön. Wir haben wieder ein bisschen Wracks abgefahren. Ein paar Sachen gescannt. Haben endlich die Kaffeemaschine gefunden. Kann man sich immer einen schönen Kaffee ziehen. Kriegt irgendwie, glaube ich, drei oder vier H2O dazu. Dauert halt einen Moment, bis der Kaffee gekocht ist und es ist ein schöner Sound auch. Ja. Und das war es eigentlich. Dann habe ich gestern Abend noch ein bisschen Trampolin hüpfen gemacht. Mein Sportprogramm. Habe noch was gegessen. Habe noch Wäsche aufgehangen. Und dann habe ich zusammen mit Leon noch den dritten Flucht der Karibik Film geguckt. Wir haben irgendwann um neun erst angefangen. Um 23.50 Uhr war der Film vorbei. Um 0.05 Uhr war ich dann im Bett. Und heute um 6.40 Uhr bin ich wieder zu mir gekommen, obwohl ich eigentlich bis sieben Uhr schlafen wollte. Ist okay. Bin einigermaßen fit. Ich werde jetzt mal ins Büro torkeln und gucken, was da so los ist. Mal schauen, wer heute da ist. Ich glaube, gar nicht mehr so viele. Ja. Termin gestern. Unser Wochentermin war gut soweit. Lief. Und so. War nur die Hälfte da. Der Rest ist im Urlaub aktuell. Also wir sind sozusagen nur die Skeleton Crew aktuell. Sagt man das so? Ich glaube, ja, oder? Skeleton Crew. Ach, das ist von Star Wars. What is a Skeleton Crew? Minimum number of personnel needed to operate and maintain an item such as a business organization or ship. Ah, ja. Sehr schön. Dann passt es ja. Gut. Ich stiefel mal los. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Mittwoch. Schönes Bergfest. Und mein Rucksack fällt gerade um. Ich wundere mich, was das für ein Geräusch war. Ja. Kommt gut durch den Tag. Wir hören uns später beim Stream oder morgen beim nächsten täglichen Vlog. Adieu.